Was ist das, was wir hier machen? Ah, ne wunderschönen guten Bonjour! Bei einem neuen Madplay-Sondes-Format wo Sondes natürlich schon mal aufgeholt wird. Genau, es geht auch besonders aufgeholt, ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Das Spiel, wo man da geschafft hat, ein Sondes-Sendes-Format aufzuholen. Aber das wäre die erste Keine gewesen, an dem ganzen, ähm, Geschicht für Sondes-Format. Ja, was wir hier machen? Wir machen, ähm, Heroes of the Storm. Wie gesagt, wir, ähm, wir machen einen Hero, und dann, also, ich steuern. Das ist richtig, oder? Genau, wahrscheinlich doch. Ja, wahrscheinlich doch. Ja, wir machen jetzt einfach mal so, ähm, Hero-Innen. Jetzt, äh, wir wissen, wie das geht. Wie, 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 ja, wie, 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 ja, die einfach, praktisch. Wie, wie, ja. Wie, ja. Weil, ich war nämlich auch stund, dass es da war, so einfach geworden, eine Heroinie zu machen. Gell? Aha. Ähm, ja, weil man, was hat man, was hat man, was hat man, ähm, relativ einfach gepackt, auch noch nach Hof der Sterne, in der Verkundung der Stadt. Ja. Ja, 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 ja Ah ok. Die 10.000 Nadel so. Anscheinend machen wir mal fünf Trommeln. Ja. Ja, wieso hatten wir ja tatsächlich mal raus und das verschiedene aber relativ easy, relativ easy an Anführungszeichen wohl gemäht immer. Ja. Ja, was haben wir gemacht? Mit irgendwo noch mal relativ schwer aus. Am Hero trotzdem, der das verließ. Wie ist das schon mal? Die 10.000 Nadel. Ja, die das noch mal schwer. Fuck off. Um die 10.000 Nadel fertig springen, das ist mal gut so. Ja. Dann noch mal gepackt. Die kann ein bisschen schwer, die kann auf vier standen. Die kann auf vier standen, die ist auch schwer. Ich meine, was hat man... Die hatten wir zwar noch nicht probiert. Schon, aber nicht als Tank. Ich war als CD. Ja. Ja, viele Leute die sich vornehmen, die sind als zwei Tanks immer. Zwei Reunrasse tanken. Die sind auch noch ein paar Zwei Reunrasse und du hast einen Grünhautpaste. Guck mal, dass man den drehst, dann auch ervonuierst viel Akkuh und die Torku erhalte, das wäre cool. Ähm, ja. Ja, als Tänkers bei weitem einfach, ich halte relativ viel aus, und ich halte relativ viel aus, und ich halte viel aus. Und er halte viel aus, natürlich. Allein schön, wie du, für so ein Ding, man stinkt, nur Magie, du Fiesnisch, oder... Was hältst du für aufzuspotten, du? Ja, dann kann ich gucken, dass man rüber abgeheben kann. Ja, das... Erstens war dann kein Damage genug, als in den Tag, wo er dann geht das schon. Ich halte mir relativ viel aus, und wir haben hier festgestellt, gell? Und wir haben heute noch zu diskutieren, und ich habe nicht diskutiert, und er war Damage oder so, wie sie... Gibt es so, wie Damage überhaupt auf meinen Skill behaben? Ich muss für dich sterben. In der englischen Fontaine, für jetzt lieber ran zu gehen. Ja, okay, ich schlau in den Brach. Nice. Kleiner Blitz. Kannst gucken. Ähm, ja. Da, äh, sieh mal, ist relativ gut in der Regel. Das ist eigentlich für die einfachsten Übungen. Das hat man relativ oft gemacht. Aber hier als Tank, nicht vom Demon Hunter. Und dem Demon Hunter, manchmal war alles für die Zeit heute, ja, war... in der Region, also 2. Perro. Ob möglich, da war der Wurst gepackt, oder? Der nächste Bus hat man gepackt, ja. Ich hab immer den nächsten Bus wohl gemägt. Wegen sie dann... Aber, das war mein Ding an, äh... Illidan. Illidan, genau. Genau, das, äh... Und dem Demon Hunter. Dem Demon Hunter ist geil, mich geil. Damage aber für so Sachen wie das heute... Äh, du hast Illidan nicht gerade gut, manchmal. Also, die war es festgestellt, dann für... ...mythisch... ...plus-Innen, weil das über Sieben oder Eier... Tut mir noch gut gehen. Über die bestimmten Dinge, was ihn heute auch nicht gut verhält. Kein Damage mischt, aber erst mit Illidan am besten. Also, Leve Grievous, und dann habe ich sie einen Healer. Das ist ein Damage gut, dann... Ja, da passt er doch. Da passt er doch, da passt er doch. Ja, wo kann man gucken, müsste ich die Dungeon... Jetzt verschieße ich plus von Luft gewirsch. Das ist aber... Plus, äh... Plus-Hive. Ah, nein, in Menschen nur hat er einen Schlüssel plus-Hive gehabt. Ja, du warst... Das habe ich auch. Ja. Ja, komm schon. Ja. Die Schlüssel plus-Hive hat sich und ähm... Völten vorher aufstacheln, Kathedral der Ewigen. Ja, bis ich nicht mehr stand. Ja, warte, 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 warte. Ich bin doch noch... Mach. Tut dann abgut. Okay, gut, so, 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 so. Ich hab's geholt. Ich hab's noch mal gesehen. Komm mal hin, der Mann stinkt noch Magie. Aber was riecht noch Magie? Ich hab noch Mettwurst. Ich hab noch ja Mettwurst. Ich hab noch mal Mettwurst. Ja, neunten... 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 Die anderen, du? Ser... Serieu? Neunten... Was wird das Dorende drum важно? Here we go go ! Sie sortir nur ein bisschen muß ohne, meine Mama. Jetzt kommt mal 외hmisch! Teufel ... Teufel ... Ke catch, mein montón... Krüfe durch die grüße die grüße die bürste und müssen sie bis zu viel noch so kommen los den heiler anstelle ich an oder weil das gewalt bei mir die kürze von uns an relativ stark von uns das problem was mit dem demon hunter geht da ganz viel mehr zittig wie sub-sub-style komm heran drunnen muss um und schult gehen pass mal ab schult aus ja schon hat eure chance Tariq Mesh geholt aus, das ist kein Blitzreflekt man oh geht o Röller tief gut behaupten Tariq Mesh 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 Kornblush Teele zum Bison Kornblush das tut uns mit mitschern morgen das ist nur so viel druck gut was den den tatschern Du weißt schon, wie das ich benutzen kann. Das ist so geil. Okay. Was tun? Du bist zehnmal raus. Du bist komplett raus. Oh Mann. Komm, kill ihn. Du bist müde oder hier kommst? Ja, müde. WTF? Äh, Mann. Du... Ja. Was geht jetzt? Ja. Ich gucke nicht ganz ehrlich, ich bin hier drunter. Ich meine, ich kann denen dir nicht gehen. Du musst mal die Extraroll gehören. Ja. Scheiße, das hatte ich keinen Darin. Das ist genauso stark, wie lebe ich schon. Das ist nicht schlimm. Ach, ist doch schweiz. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Schau mal gut, komm, wir probieren einfach müde dich. Ja, okay. Schau doch, keine Menge, ja. Schau doch, keine Menge. Ich habe mich da mal mitgemacht, ich gehe so an, äh... Ich gehe da drunter, ich gehe da drunter, ich gehe da drunter, überhaupt nicht mal sehen. Das ist schon gut gegangen, du, du, Brüssel, oder? Ja, ja. Ich habe mich schon gewundert, wie hat das jetzt so einfach gewischt? Ähm. Ne, nein, ich mache mir auch nach. Ähm, und dann warst du auch noch Schlick, und dann bekomme ich noch, wie du warst, gell? Das ist die Salzdinger, du. Aber das ist auch wirklich smart. Das ist wie geil, ne? Verwandlung Fisch, äh, da bricht Verwandlung Fisch. Und die jene, brach nicht. Ja, natürlich, ja, weiss. Ach, kann, nee, brach nicht. ich kann ja den dinge machen noch für so maglo den dinge ins kirche das nun geht es ja wie du hast du das ist dann noch nicht ich habe keinen Sinn ich habe keinen Sinn oh, fragt das den den gott nicht einfach schlägt die kille muss gucken sie heilt die kille die sind nicht gerade ein verleder es wird mir müssen egal das war noch jungen können ok Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Es läuft, alle zwei Sekunden. Oh, was zur Hölle. Wie viele Tauschen schlägt oder die anderen? Nein, wir müssen aber aus der Reichweite geholt, bis er vor dem tiefen Sog. Holy Crap, Holy Crap, Holy Crap, betrifft. Das betrifft ein bisschen nervös. Ich gucke mir auf, wie du da bist. Meine Schultern like your skin. Hopp. Ich gucke mir auf, wie du da bist. Ich gucke mir auf. Ich gucke mir auf. Ich gucke mir auf. Vielen Dank.